Hallo zusammen, ich bin Sonia Vége Dépré und spiele bei Volley-Könitz. Könntest du dir vorstellen, so viel zu trainieren und ins Volleyball zu investieren ohne Sportkloss? Nein, weil es einfach zu viel, neben der Schuhe und dort so viel trainierst du gar keine Zeit mehr. Willst du dich immer in die Lager zu gehen? Ja, eigentlich immer, weil hier auch Bessere dabei sind und weil es auch immer mega fängt. Was motiviert dich so oft zu trainieren? Eigentlich, wenn man den Fortschritt der Mitspieler und den Grossen zuschaut, möchte man auch auf das Niveau kommen. Gibt es ein Ritual, das du jedes Mal vor dem Match machst? Ähm, ich schlafe meistens viel und höre Musik und ja. Was machst du, wenn du willst und musst ein Dive hast? Ähm, ich versuche irgendwie meine Fehler abzuhaken und nach vorne zu schauen und klatsche viel und bin laut. Was ist dein Ziel im Volleyball? Also ich mache es so gut wie es geht, wenn wir in Volleyball Geld verdienen können und einfach auf das Niveau kommen. Merci. Merci. Merci.